ja hallo leute und willkommen hier zu einem neuen video auf dem gomme hd server ich bin aus diesem grund auf diesem gomme hd server weil ich jetzt den youtuber rank hier auf diesem server bekommen habe den bekommt man ja ab 10.000 abonnenten also ab 10.000 abonnenten wenn man minecraft videos hochlädt und ab 50.000 wenn man keine minecraft videos hochlädt und ja also diese youtube ring hat aber auch so ein paar sagen die ich einhalten muss und zwar zum einen muss ich einmal in der woche also einmal wöchentlich ein video von diesem server auf meinem youtube kanal hochladen also ich muss da ein spiel spielen zum beispiel games jetzt eine runde und das dann eine woche also an einem tag hochladen in der woche und an den restlichen kann ich machen was ich will ja das muss man machen wenn man einen youtube ring hat standard zumindest und ja also ich wollte es nur mal schnell sagen dass ich jetzt einen youtube ring habe und dass ich da einmal wöchentlich ein video hochladen muss hier von diesem oder auf diesem server also falls ihr euch wundert warum jetzt demnächst vielleicht ein paar mehr videos kommen von diesem server hier so mini spiele dann wisst ihr auf jeden fall warum und ja ich gucke mir jetzt einfach mal so ein paar sagen und zwar kann man hier ein schutzschild jetzt aktivieren mit diesem youtube ring ich habe keine ahnung was es ist dring ich damit andere spieler weg oder keine ahnung da sind mods kann ja die lobby wechseln das glaube ich konnte ich davor auch noch nicht der premium lobby ihr können wir mal reinschauen ja silent lobby bin ich gerade geschenkt man premium bereich also hier haben wir einmal ttt beta ich glaube das heißt ttt steht vielleicht für trouble terrorist town oder truppel ich glaube wenn der gomme hd so videos da hoch lädt und da im titel so ttt steht dann steht da irgendwie auch trouble in minecraft obwohl es ja dann team heißen müsste aber ich glaube es gibt so ein spiel trouble in trouble in terrorist town und da kann man auch so einen modus machen oder was weiß ich weiß auch nicht so genau aber es hat auf jeden fall irgendwas mit dem spiel glaube ich zu tun deswegen heißt es glaube ich ttt ist aber noch in der beta phase und ja dann gibt es noch die community world beast mode das ist zurzeit offline also da gibt es kein server zum joinen und skyblock das ganze mal skyblock bloß auch mit vielen anderen spielern ich weiß nicht wirklich wie das funktionieren soll ja schon wenn wir mal diese community welt hier hier sehen wir jetzt mein grundstück crafted michi und falls sie auch mal hier seid also ihr könnt auch ohne rang auf diesem community auf dieser community world hier joinen ja dann gibt einfach mal ein plot me tp und jetzt diese idee die da auf dem schild steht also 14 doppelpunkt mit komma und dann minus 51 so und jetzt spawnt ihr dann auch hier bei meinem grundstück da hinten sehen wir etwas ja da muss ich mal belegen was ich da mache das ist ein bisschen ja anstössend vielleicht war gut also also ich kann da ja nichts machen an dem grundstück aber vielleicht mal hier irgendwie so ein schutz hin dass man es von hier nicht sieht was weiß ich naja mal gucken hier sind mehrere sagen die richtig pervers sind das zum beispiel na gut also ich verlasse diesen server jetzt erstmal wieder beende das video ich hoffe ich hat's gefallen war nur mal so eine kleine tour von diesem server und ja also demnächst kommen mehr videos auf diesen kanal auf diesen kanal von diesem server also tschau